Immer noch herrscht Krieg in der Galaxis, die galaktische Eroberung ist im vollen Gange und beim letzten Mal konnte sich die Republik nun auch Tatooine holen. Doch jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Was haben sich die Separatisten überlegt? Und Imperator ab 1 hat eine ganz interessante Siegestrategie entdeckt. Wir brauchen mehr Sand. Wir haben Tatooine verloren. Wir brauchen mehr Sand. Jakku, wunderbar. Also offiziell hatten die Tatooine ja noch gar nicht. Das haben wir jetzt unterjocht erstmal nur. Die werden jetzt versklavt. Ja, die werden die versklavt. Aber wir lassen die Guten jetzt hier schön in ihrem Gewissen, dass sie hier richtig krass sind, weil sie jetzt haben sie ja Tatooine erobert. Die füllen sich jetzt richtig und dann werden wir sehr eiskalt zerstören. Wir sind schon richtig krass. Damit ist es wohl klar. Die Separatisten attackieren Jakku. Der hat mir jetzt noch auf Tatooine. Der ist ja da mal hängen geblieben. Der hat mir jetzt den Sand verwechselt. Das sieht ja auch gleich aus. Bin zuerst im falschen Ort geflogen. Scheiße. General Erik, verteidigen sie mal. Der ist einfach noch immer im Urlaub. Ich verteidige. Die rushen hier locker durch, glaube ich. Wir haben gleich die erste Phase verloren. Und dann muss sie besser spielen. Senator Erik ist auch gestorben. Ich bin auch gewonnen. Man kann hier so coole Druiden nehmen. Die sehen ja super aus. Ich habe ihn auch gerade gesehen. Wir müssen als Team zusammenstehen. So, jetzt verteidigen wir. Die erste Strecke war halt einfach unmöglich. Ich habe den coolen. Also ich habe diesen coolen Druiden. Mann, der sieht ja richtig geil aus. Der hat voll die dünnen Beine. Der wackelt voll rum. Ich weiß nicht, was der so genau kann. Der würde jetzt ob eins erst mal vernichten. Warum sind denn das so viele? Boah. Pass mal. Alle schade. Neuer besiegt. Alter, ich mehe hier richtig durch. Nein, ich bin tot. Ist der gut ab? Captain Saul, dann hat mich getötet. Der ist okay. Ich glaube, das ist ein besseres. Hier brauchen sie schon ein bisschen länger, aber wir müssen die besser aufhalten. Senator Erik, machen sie was. Kämpfe um mein Leben, ja. Wir nehmen uns B weg. Wir sind einfach zu viele. Ist der Mensch wieder raus? Und noch meine Weinflasche vergessen. Nooo! Ich hab aber eins, ich hab Nuller, so Gags, ja da kommt ja auch sogar einer von euren Typen mit einem Spezialinhalt, ey oh jetzt hinter mir, Hilfe, so jetzt können wir aber einen Helden nehmen, damit schaffen wir das, so ich hab Hunter, oh Gott, ey da bin ich direkt wieder weg mit dem Imperator, ey, Junge, Junge, scheiße, hast du grad gesehen, wie viele da waren, die nehmen schon den vorletzten Punkt, ist das, oder ist das der letzte, gut vorletzte, Bob 1 hab ich, oh Gott, nee, aber wir haben Zeit, wir haben 6,5 Minuten, alles, was hab ich das jetzt getroffen hat, Hilfe, die Clowns A, ich komm mal gar nicht hin, fallback, das ist jetzt schon der letzte Sektor, auch nochmal Heldenunterstützung hier von einem anderen, ist das schon wieder Lando, Lando, hallo, den letzten Punkt, den dürfen wir dir nicht so leicht schenken, das ging jetzt viel zu schnell, Senator Derwin hat halt so lange Urlaub gemacht, auf Tatooine, ja Urlaub ist auch im Senat wichtig, ja stimmt, da kommen so viele, das ist der Fall, Imperator auf 1, wo wir immer arbeiten müssen, wir haben auch Rechte, ja, aber Senator auf 1 ist, äh, Imperator auf 1 ist ganz schön erfolgreich mit seiner Taktik, Alter, was hier alles kommt, Mann, die irgendwo Helden, boah, ich krieg so viel Schaden, okay, das ist das, Nala, jawoll, Alter, der Hunter ist aber auch echt nicht schlecht, ja, Hunter ist fast durch, nein, ich krieg so viel Schaden, Hunter ist fast tot, oh, komm zurück, Hunter Hunter versteckt sich hinter seiner Box, oh, und da wird gedeckt, die Roten halten richtig viel aus, ne? Den habe ich, das war sogar einfach nur ein Botteil, der hinterher gelaufen ist, ey, ich bin wütend, ich krieg ihn nicht, die Bots sind richtig krank, oh, Mann, ey, ich werde nicht mehr lange aushalten mit meinem Hunter, hier auch nicht, sorry, ich habe es erwischt, oh, er kann doch nicht wahr sein, ja, doch, und das ist eine Minute von 8 haben wir schon rausgehalten, ich kann mich gerade ein bisschen heilen, das ist super, ich habe mich schon bei ihm leben, ey, da geht es hier ab, yes, boah, das kommt denn da alles? Erik, töte sie, ich bin weg, bin tot, ich halte es noch, wir sind auch gerade alle tot, also die Wotts machen gerade die ganze Arbeit, ich habe den Supporter-Druiden genommen, vielleicht kann der irgendwas, er ist hier, supporte dich mit irgendwas, irgendwas angemacht, da hat er nicht so viel Leben, er hat da gar keinen Angriff, ich bin gleich tot, ich bin tot, der Supporter-Druide war es nicht, ich dachte, der kann irgendwas, da kommen ja ganz schön viele durch, Landlohnung ist ja auch, wie du da weggefuscht bist, ich glaube, das war es jetzt, ich bin direkt tot, der hat irgendwie einen Zielschuss, ich dachte, das wäre irgendeine Wehigkeit, der ist auch mal da, mit so einem Helden, ich bin schon länger da, aber du hast ja die ganze Zeit keine Helden gehabt, ja, ach, ja, man, naja, das wäre alles, ne, eine Minute haben wir uns gehalten, ja, wir wissen ja auch alle, Tatooine ist einfach der deutlich bessere Planet, ja, Cecho will doch nehmen, das ist auch T-Kult-Zeug, ich würde sagen, da müssen wir uns Tatooine wieder zurückholen, weil Lando Erik war sogar erster, selbst mit Lando konnten wir uns nicht verteidigen, und Lando ist eigentlich Spezialist in Sandgebieten, und damit haben sich die Separatisten nun auch Jakku unter den Nagel gerissen, und haben damit eine recht gute defensive Linie, doch jetzt ist die Frage, was macht die Republik als nächstes, wie wird sie handeln, ihr könnt natürlich gerne eure Ideen in die Kommentare hauen, was jetzt am besten wäre als Kontermaßnahme, und von daher vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. 3 3